Ihr fragt euch bestimmt, wo ist die, die eigentlich diese Videos macht mit mir? Ja, wo ist die bloß? Hallo! Da ist sie! Hallo, bleib still. Ja, wir haben hier diese Sträucher im Mund. Warum? Wir spielen heute Dämonenpferde. Ja, wir spielen heute Dämonenpferde. Juhu! Wir spielen heute Dämonenpferde. Ja, und dafür brauchen wir diese Sträucher. Und ich würde jetzt sagen, es geht los. Und go! So, gleich müsste auch meine erste Spielerin, also Spielerin sag ich jetzt mal, ähm, gleich müsste meine erste Kundin sozusagen kommen. Also die erste, die ein Dämon sein will. Da geh ich mal hin. Hm, wo ist sie denn? Sie wollte doch kommen. Sie ist fünf Minuten jetzt schon zu spät. Mann, äh, Mann. Oh! Oh, da hinten. Da hinten ist ja irgendwas. Ja, und wir wollten uns auch hier treffen, ne? Ja. Auch. Ja, du hast ja echt einen weiten Weg. Komm her. Komm hoch. Hilfe. Komm. Das ist irgendwie der Schwierbeweg hier. Du bist dieselbe Rasse wie ich, kann das sein? Ja. Ja. Komm mal hoch. Das ist einfach, komm. Lauf. Okay. Ein Schweinchen. Ich habe ein Schweinchen übrigens und das ist auch hier oben. Ja. Ja, du hast den Strauch auch nicht vergessen. Das ist gut. So, ähm, komm mal ein bisschen näher. Ich bin gleich... Wofür brauchen wir den Strauch überhaupt? Für den Schwur. Für den Schwur, ja. Für welchen Schwur? Einen Schwur. Damit... Dämon? Ja, damit man Dämon sein kann. So. Okay, jetzt machen wir den Schwur. Stell dich neben mich. Hier an die Kante. Damit du den Schwur auch richtig machen kannst. Nicht in mich! Neben mich! Wo? Hm. Ja. Guck nach draußen und rede mir nach. Hm. Ich rede ihn erstmal vor und wenn ich sage, du redest mir nach, dann redest du mir nach. Der Schwur vom Dämonenpferd. Ein Dämonenpferd zu sein, macht Spaß. Und deswegen werde ich jetzt sagen, dass ich nie wieder irgendein Spion sein werde oder das erste Mal von den anderen. Und da unten ist die Dunkelwelt. Hier oben ist die Dämonenwelt. Und am Ende des Spruches kannst du in die Dunkelwelt. Ich habe ihn jetzt noch nicht vorgesagt, aber naja, ich sage ihn auch nicht vor eigentlich. Ich habe mich versprochen. Auf jeden Fall kannst du dann gleich in die Dunkelwelt, wenn ich es sage. Wenn es Nacht ist, sind wir Dämonen. Wenn es Tag ist, sind wir Dunkel... Äh, sind... Wenn es Nacht ist, sind wir Dämonen. Wenn es Tag ist, sind wir keine Dämonen. Also normale Pferde. Muss ich dir den ganzen Spruch sagen? Nein. Also nicht nachsprechen. Wir legen uns mal bitte einmal so hin. Einmal so hinlegen. Okay. Moment. Ich liege nicht. Das war so. Oh, das geht gar nicht. So, okay, Leute. Jetzt nochmal zur Info. Nur weil wir die Sträucher im Mund haben, wir sind echt dumm manchmal. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Schöne Zeit hier oben, ne? Also was machen wir jetzt mit dem Strauch? Ähm, so. Wir legen den Strauch hin. Den Strauch, auch wenn er versinkt. Wir dürfen zweimal davon essen. Oh, ich esse von deinem. Ess zweimal von deinem. Ja. Ähm, nein. Wir müssen. Egal. Wir essen deinen auf. Ich esse zweimal von meinem. Ess ihn. Dann dreimal was. Ja, egal. Unsere beiden Sträucher sind jetzt versunken. Das ist ein Zeichen, das wir anfangen sollen. Du machst mich jetzt mal nach. Hinlegen. Sprech mir nach. Ich als Dämonenkind werde nie wieder oder nie ein Spion von den anderen sein. Ich werde nie wieder oder nie ein Spion von den anderen sein. Sag das. Rede mir nach. Du musst mir nachreden. Hast du recht, wenn du redest? Ja. Okay. Dann machen wir nochmal. Ich als Dämonen. Ich als Dämon. Dämon. Eher gesagt, werde jetzt oder nie. Werde jetzt oder nie. Also ich, ich habe mich versprochen. Tut mir echt leid. Aber okay, jetzt nochmal richtig. Ich als Dämon. Ich als Dämon. Werde nie wieder oder nie ein Dämon, ein Spion von den anderen sein. Ohne das Dämon. Sag. Ich. Ja. Werde. Ja. Nie. Nie wieder. Nie wieder. Moment. Moment. Er ist wieder reingegangen. So. Ich als Dämonkind. Ja, okay. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Und jetzt gerade ist ein neuer Schüler dazugekommen. Hör auf, ich schwitze. Hör auf, ich schwöre es hier. Egal. Ähm, egal. So. Jetzt ist er dran. Momentchen. So. Jetzt sind wir in der Dumpel. Wir würden jetzt ein bisschen jagen. Okay? Nicht tot umfallen. Ach. Meine Güte. Diese jungen Hengste oder Fohlen. Bist du ein Hengst oder ein Fohlen? Äh, ein Hengst oder eine Stute? Ich bin eine Stute. Ja, okay. Egal. Äh. Okay. Diese jungen Stuten. Komm, jetzt mit. Das ist wirklich gemein, Herr Bier. Was denn? Ah. Ich bin vielleicht einfach so gemein, die Stuten. Ja, manchmal. Ihr seid einfach zu jung. So. Steigen kannst du wahrscheinlich auch. Wir suchen jetzt ein Hengst. Ja, bestimmt schon, weil es in Fohlen war. Wir suchen jetzt Tiere. Aber irgendwie. Ich würde dich sogar beziehen. Momentchen mal hier. Ich muss was denen sagen. So. Ich weiß nicht, wie du heißt. So. Momentchen mal kurz. Ich muss noch was sagen. So, jetzt aber. Wir gehen jetzt mal zu dem Boss. Hast du andere Dämonen auch mitgenommen? Nein. Äh. Nur einen. Und wenn der andere nochmal kommt, dann auch. Ähm. Äh. Okay. Auf jeden Fall kommt dann noch ein anderer mit. Ähm. Ja. Warte. Hast du auch ein Haustier? Ja, habe ich. Okay. Dann mach das mal rein. Mach das mal rein. Hallo, mein Schweinchen. Ja, Kate. Hab ich. Oh. Stimmt. Heiß. Ja, Heiß. Wie dein Name auch. Kate. Ja, Kate hat uns auch wieder das Spiel verlassen. Ja. So, okay. Jetzt kommt mit. Alle zum Boss. Wir gehen nämlich zum Boss. Frey. Frey, er war der andere Dämon. Er ist gestorben. Das war sie. Ja, aber, ähm. Aber die kommen wieder, immer wieder dahin. Ja, das ist echt gut. Wenn wir eben als Dämon unterwegs sind. Du musst richtig gut kämpfen können für den Boss. Und wenn man ein Spion ist, was tut man dann, wenn man gestorben ist? Dann wird man auch wieder gesponnt, wenn man ja trotzdem, oh, äh, einmal um. Wenn man ja trotzdem zu, äh, zum Dämon gehört. Wir müssen uns erst mal hinter Steinen verstecken. Wieso? Hinter den Steinen? Wir müssen uns verstecken. Schnell, bevor er uns entdeckt. Er darf uns noch nicht entdecken. Guck mal, er ist Level 30. Ja, er ist mal hinter den Steinen. Ja, warte dann auf mich. Ich warte hier hinter den Steinen. Du darfst nicht so rennen. Er sieht dich sofort sonst. Guck, wie groß er ist. Oh, jetzt war er hübsch. Das muss er stören. Das ist wieder so. So, drei, warte, ich muss es immer sagen. Moment, los. Er hat erst gegen den Steinen gerannt gerade. Ah, ich kann nicht so gut kämpfen. Ich kann nicht so gut kämpfen. Sorry. Ich bin auch ein Hund, ein Legender. Ich bin 8, lebe und du 9, 20, hilf mir. Äh, nein. Ich helfe euch. Aber mit einem Schlägen hat er mich getötet. Ich brauche Hilfe. Er hat mich mit einem Schlägen getötet. Komm rein. Freya, los. Freya muss angegriffen werden. Los, Freya. Warum helfen unsere Haustiere? Doch, die helfen. Guck, unsere Haustiere helfen. Ah, mein Stein. Einstein, ah. Er hat mich nicht bekommen. Wehe, du stirbst, dann bist du kein Dämon von uns. Ich habe keine Energie mehr. Wer? Wie, wenn? Ja, wenn du stirbst, dann bist du kein Dämon. Doch, bist du. Leute. Los, Leute. Los. Los. Anne, nein. Anne ist gestorben. Mein Schweinchen, jetzt greift ihr nochmal an. Ah. Ah. Ich bin mit einem Schlag tot. Los, auch. Ihr müsst mir helfen. Er rennt mir hinterher. Leute, helft mir. Leute, helft mir. Gut. Wo ist Freya? Sie ist doch noch... Oh, da ist das. Freya ist da. Sie war zu klein. Unsere Augen. Komm, los. Schweinchen, helft mir doch. Nein, ich bin gestorben. Nein. Ich habe es alleine hinbekommen. Komm, du kriegst das hin. Komm schon. Du kriegst es hin. Komm, du kriegst es hin. Schnell. Los. Äh, und wenn du das mich doch kriegst? Ist nicht so schlimm. Wir kommen. Wir kommen. Er kann nicht so gut Leben bekommen wie wir. Alles gut, wenn du stirbst. Ich meine, du stirbst halt nur, aber du wirst ja eh wieder neu gemacht. Du bist es auch. Ja, Hilfe. Alles in Ordnung. Kriegst du das hin? Nein, ich komme. Ich bin auf dem Weg. Ich bin gleich da. Aber ich habe keine Energie mehr, wenn ich da bin. Oh nein. Mit einem Schlag bist du tot. Er hat dich bekommen. Was? Ich komme. Ich musste kurz laufen zwischendurch. Ich habe volles Leben. Full. Ich habe volles Leben. Nicht du. Nein. Warum du? Du bist doch so ein junger Krieger. Nicht ohne mich töten. Oh nein. Vorher kommen. Dann musst du schnell kommen. Mist. Er ist weg. Mist. Er rennt mir hinterher. Und ich habe keine Energie mehr. Leute, ihr müsst mir helfen. Ist er weg? Er ist wieder gesporen. Los habe ich die Prüfung jetzt bestellt. Ja. Wenn du mit einem Schlag, du musst, wenn du einen Schlag abbekommst, dann bist du sofort tot. Ah, scheiße. Ich bin tot. Zweimal. Mann. Ich habe meine, ich habe meine Prüfung auch nicht bestanden. Das ist nicht so schlimm. Was ist doch nicht deine Prüfung. Das ist meine Prüfung. Ja, ich weiß, aber ich habe meine Prüfung damit auch nicht bestanden. Trotzdem konnte ich richtig gut kämpfen. Ich war damals noch kein Pferd. Ich war noch kein Pferd. Ich war ein Wolf. Und deswegen konnte ich besser kämpfen. Ich war noch kein Dämonenpferd. Ich war bei den Dämonenwölfen. Aber als Pferd geht es auch. Vorher. Du kriegst es hin. Nochmal. Man darf nur dreimal in seiner Prüfung sterben. Du musst sagen, dass sie aufhören sollten, bis ich da bin. Wie aufhören? Und ich den Bars zu bekämpfen. Aber ich muss ja auch. So. Ich habe keine Energie mehr. Du musst es allein hinbekommen. Wo bist du? Komm schnell. Ich bin alleine da. Nein, er hat mich bemerkt. Leute, er hat mich bemerkt. Hilfe. Und ich habe keine Energie mehr. Energie mehr. Mein Schweinchen hilft mir. Aber ich habe keine Energie mehr. Hilfe. Er ist wieder von neu gespawnt. Alles gut. Wir müssen auf die anderen warten. Anne, nein. Wir müssen auf die anderen warten. Anne, stopp. Sie hört mich nicht mehr. Doch, sie hört mich nicht mehr. Freya. Das hat sie aber fast verschoben. Du darfst noch zweimal sterben. Beziehungsweise zweimal, dann bist du. Beim dritten Mal sterben, dann bist du. Du hast die Prüfung nicht bestanden. Ich bin da nicht so. Ich habe nicht pein. Doch, na klar. Nur einer, der sehr unten. Nur ein. Ich habe nur noch ein Leben. Nur einer, der in die Schwächsten eingestuft wurde. Und die Schwächsten sind, ähm, halt die, die... Du wirst meine tolle Lederuhr lassen, du Baulfahrt. Deine Chefin. Ich brauche nur noch einen Schlag. Und dann bin ich tot. Und dann habe ich meine... Deine Prüfung nicht bestanden. Auch wenn es deine Prüfung reicht, bin die Lehrerin und ich muss bestehen. Ich habe es selber dann nicht bestanden. Du darfst dich nicht töten lassen. Renn doch. Was machst du da? Wer kein Leben fast hat, trinkt lieber Wasser. Ja, ja, okay. Anna, das ist wirklich gut. Komm, ich trinke Wasser. Nein, Eis. Eis und Feier. Eis und Feier. Eis und Feier. Warum? Nein, warum? Ich bin wieder da. Eis und Feier. Warum? Sie hat ihre Prüfung nicht bestanden. Warum? Warum hat sie ihre Prüfung nicht bestanden? Also das war es für das Fidget. Ja, tschaui. Also das ist der erste Teil. Ja, es gibt noch ein zweites Motto. Ciao.